In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man mit Hilfe der Substitution komplexere, unbestimmte bzw. bestimmte Integrale ausrechnen kann oder vereinfachter gesagt, wie man die Stammfunktion für eine verkettete Funktion aufstellen kann. In erster Reihe sollte man wissen, dass nicht jede verkettete Funktion diese relativ komplizierte Regel benötigt. Deshalb habe ich hier an dieser Stelle zwei Funktionen ausgewählt. Beide sind verkettet. Also, verkettung bedeutet einfach, es gibt eine innere und eine äußere Funktion. Bei der ersten Funktion, glaube ich, ganz gut erkennbar. Hier an dieser Stelle, das, was hier in Klammern steht, das ist die innere Funktion. Und bei der zweiten Funktion beziehen wir uns auf die E-Funktion, dass hier oben eine Hochzahl wäre, die innere Funktion. So, was ist der Unterschied? Ganz einfach. Bei der linken Funktion ist die innere Funktion eine lineare Funktion. Das bedeutet eine geradengleichung. In diesem Fall brauchen wir nicht das Substitutionsverfahren, sondern nur das sogenannte lineare Substitutionsverfahren. Also, in diesem Fall, wenn die innere Funktion linear ist oder eine gerade, braucht man nur lineare Substitution. Bei der zweiten Funktion erkennt man ganz einfach, dass die innere Funktion nicht mehr linear ist. Das ist in diesem Fall eine quadratische Funktion. Und aus diesem Grund brauchen wir hier das tatsächliche Substitutionsverfahren. Die lineare Substitution ist ein relativ einfaches Verfahren und es ist nicht Teil dieses Tutorials. Wenn ihr Bedarf dafür habt, entweder oben rechts unter den i-Punkt oder im Abspann findet ihr das passte Video dazu. In diesem Tutorial werden wir uns nur um die tatsächliche Substitution kümmern. Bevor wir zu den Beispielaufgaben gehen, ist es natürlich hilfreich, wenn wir zuerst die Formel kennenlernen. Ich habe sie hier links abgebildet, also wir haben eine vergetrte Funktion, wobei f die äußere Funktion ist und g die grüne die innere Funktion ist. Um dieses unbestimmte Integral auszurechnen, bzw. die Stammfunktion von f zu bestimmen, müssen wir, wie bereits erwähnt, substituieren. Was wird denn substituiert oder ersetzt? Natürlich in erster Reihe diese innere Funktion g von x. Die substituieren wir jetzt oder ersetzen wir jetzt mit u. Dann wird auf beide Seiten bei dieser Substitution abgeleitet. Also, ich leite die linke Seite ab. Das bedeutet, die allgemeine Ableitung von g von x ist natürlich g' von x. Und ich leite auch die rechte Seite ab. u abgeleitet ist 1. Entsprechend steht dann hinten dx und du. Das bedeutet, differenzieren nach x und differenzieren nach u. So, der nächste Schritt ist eigentlich sehr einfach. Wir werden einfach nach dieser dx umformen. Dafür teilen wir natürlich durch die Ableitung, also durch g' von x. Und dann ergibt sich für dx folgende Formel. Und zwar 1 durch d' von x und du. Damit können wir in unserer Anfangsfunktion zwei Sachen substituieren oder ersetzen. Einmal ersetzen wir das g von x durch das u. Und einmal ersetzen wir das dx mit diesem Term, was wir jetzt gerade rausbekommen haben. Dann sieht das Ganze wie folgt aus. Also, statt g von x habe ich hier an dieser Stelle nur u. Und statt dx habe ich halt diesen Term hinten. Dann haben wir eine Funktion nur in Abhängigkeit von u. Das meiste kürzt sich hier sowieso raus. Also, wenn man das richtig einstellt, dann kürzt sich fast alles raus. Und dann bleibt nur eine Funktion in Abhängigkeit von u, die man jetzt aufleiten kann. Die passende Stammfunktion dazu sieht dann so aus. Also, wir haben jetzt bereits das unbestimmte Integral gelöst oder die Stammfunktion. Allerdings haben wir eine Stammfunktion in Abhängigkeit von u. Und wir wollen natürlich eine Stammfunktion in Abhängigkeit von x. Aus diesem Grund müssen wir wieder resubstituieren. Also, die Resubstitution bedeutet, wir setzen jetzt das u oben natürlich mit unserer ursprünglichen Substitution. Also, an dieser Stelle steht dann u ist gleich g von x, was wir auch hier links stehen haben. Und dann ersetzen wir einfach mal dieses u wieder mit g von x. Am Ende sieht das Ganze so aus. Also, wir haben jetzt tatsächlich eine Stammfunktion in Abhängigkeit von x. Für den Fall, dass ihr an dieser Stelle denkt, was ist das für eine große hässliche Formel? Ja, da stimme ich zu, die ist hässlich. Allerdings, es geht noch schlimmer. Und zwar, wenn man kein unbestimmter, sondern ein bestimmter Integral hat, also ein Integral mit Grenzen, dann muss man natürlich diese Grenze mitsubstituieren. Das macht es selbstverständlich überhaupt nicht einfacher. Deshalb werde ich jetzt diese andere Formel ignorieren und euch gleich im ersten Beispiel zeigen, wie ihr ein bestimmter Integral ausrechnen könnt, ohne dass diese Grenzen mitsubstituiert werden. Keine Sorge, das ist harmlos. Wir werden jetzt in dieser ersten Beispielaufgabe auch sehen. Ihr müsst euch selbstverständlich die Formel, die ich vorher gezeigt habe, nicht auswendig merken, Gottes Wille. Sondern es sind wirklich zwei, drei Schritte, die man sich so merken muss, die man immer machen muss und damit ist die Sache schon erledigt. Und los geht's. Es ist ja genau die Aufgabe, die wir ganz am Anfang zur Übersicht angeschaut haben. Deshalb glaube ich, es ist ja schon klar, was ich hier substituieren werde. Und zwar dieser x hoch 2 da oben. Also, ich sage dann hier an der Seite, subst x hoch 2, zum Beispiel u. Dann haben wir gesagt, wir leiten auf beide Seiten ab. x hoch 2 abgeleitet sind 2x und wir haben nach x abgeleitet, deshalb dx hinten. Und u abgeleitet ist 1, abgeleitet nach u, deshalb steht hier du. Dann teilen wir durch 2x, sodass dx alleine steht auf der linken Seite. Und dann kriegen wir für dx raus, 1 durch 2x und du. Und das hier, damit ersetzen wir das dx hier oben unserer Integralformel. Also, Integral von 2x mal, jetzt statt e hoch x² haben wir e hoch u, das war unsere Substitution oben. Und statt dx haben wir mal 1 durch 2x du. Und jetzt die gute Nachricht. Es kürzt sich fast alles weg. Also, diese 2x und diese 3x sind dann weg. Und das Einzige, was noch übrig bleibt hier an dieser Stelle, ist dann Integral von e hoch u du. Und jetzt, was ist denn e hoch u aufgeleitet? Natürlich e hoch u. Das bedeutet, die Stammfunktion in Abhängigkeit von u, ich bezeichne sie jetzt mal mit F von u, ist einfach e hoch u und dann meinetwegen plus c. Aber das wollen wir so nicht haben. Wir brauchen natürlich die Stammfunktion in Abhängigkeit von x. Deshalb tun wir an dieser Stelle noch resubstituieren. Ich deute das mal so an, resubst. Und das bedeutet, F von x oder das unbestimmte Integral hat ja das Ergebnis e hoch x². Also, ich ersetze wieder u mit ursprünglich x hoch 2 und dann plus c. Bei der Formelerklärung habe ich versprochen, ich zeige beim ersten Beispiel auch, wie man mithilfe dieser Formel ein bestimmter Integral ausrechnen kann. Und jetzt ist der richtige Moment dazu. Also, wir haben die gleiche Funktion wie oben, nur dass das Integral jetzt bestimmt ist. Also, wir haben zwei Grenzen. Unter der Grenze 0, obere Grenze 2. Und wir haben vereinbart, wir werden die Grenzen nicht mitsubstituieren, sondern zuerst, so wie oben gerade gerechnet, die Stammfunktion bilden. Die haben wir jetzt. Und natürlich können wir jetzt einfach den Hauptsatz der Integralrechnung nutzen. Den habe ich jetzt nochmal zur Erinnerung hier rechts eingeblendet. Und die Stammfunktion haben wir ja. Nun, das c brauchen wir nicht in diesem Fall. Beim Integralrechnung spielt das c keine Rolle. Nun, bei der Stammfunktionsbildung. Also, anhand des Hauptsatzes können wir jetzt einfach mal unsere Stammfunktion hier in der eckigen Klammer hinschreiben. Und dann werden natürlich die Grenzen hier rechts an der Klammer herangeschieben. Zuerst wird die obere Grenze eingesetzt, dann die untere. Entsprechend haben wir dann e hoch 2 hoch 2 minus e hoch 0 hoch 2. Und wenn wir das Ganze zusammenfassen, e hoch 2 hoch 2 ist natürlich e hoch 4. 2 mal 2 sind 4. Und 0 hoch 2 ist 0. e hoch 0 ist 1. Also, unser Ergebnis für das bestimmte Integral lautet e hoch 4 minus 1. So einfach ist es. In der nächsten Beispiele werde ich nur das unbestimmte Integral ausrechnen, einfach um nicht das Video unnötig in die Länge zu ziehen. Ich hoffe, anhand des ersten Beispiels war jetzt klar, wie man mit Hilfe von unbestimmten Integralen dann am Ende ein bestimmter Integral ausrechnen kann. Und los geht's mit der zweiten Beispielaufgabe. Also, wir schauen unser Funktionstem an und die erste Frage, die sich stellt, ist, was substituieren wir hier oder was ersetzen wir hier? Natürlich die innere Funktion hier bei der Wurzel, also das ist dieser x² plus 1, das werde ich dann substituieren. Und zwar mal wieder mit u. Also, x² plus 1 sind dann u. Dann wieder auf beide Seiten ableiten. Das bedeutet, links habe ich 2x dx. Und auf der rechten Seite habe ich 1 du. Und dann formen wir wieder nach dx um. Auch in diesem Fall teile ich durch 2x. Und dann habe ich dx ist gleich 1 durch 2x du. Jetzt setzen wir ein und kriegen wir hier Integral. 2x durch, naja, das habe ich mit u ersetzt, deshalb habe ich unter dem Bruchstrich Wurzel u stehen. Mal statt dx haben wir dann 1 durch 2x mal du. Und jetzt wieder die gute Nachricht. 2x kürzlich weg. Das bedeutet, das Einzige, was hier noch übrig bleibt aus dem Ganzen, ist 1 durch Wurzel u du. Und das ist jetzt eigentlich kein großes Problem. Mit ein paar Elementarregeln kriegt man das schon gebacken. Ich nehme jetzt die Funktion kurz hier an der Seite. Sagt, das ist klein f von u. Und formen sie erstmal um. Wir erinnern uns, die Wurzel kann man als Hochzahl umschreiben. Und zwar, es ist dann u hoch 1,5. Damit wir es leichter aufleiten können, können wir natürlich dieses u hoch 1,5 nach oben ziehen. Dann haben wir 1 mal u hoch minus 1,5. Und das ist jetzt die Funktion, die wir aufleiten wollen. Also die neue Hochzahl, wenn ich 1 dazu addiere, ist natürlich plus 1,5. Und diese neue Hochzahl kommt den Kehrwert nach vorne. Der Kehrwert von 1,5 ist natürlich 2. Und das kann man auch sogar noch schöner schreiben als 2 Wurzel u. u hoch 1,5 ist ja Wurzel u. Und das ist jetzt sozusagen unsere Stammfunktion, Nahbehindlichkeit von u. Also Große von u, nochmal sauber dargestellt hier, ist dann 2 Wurzel u plus c. Und an dieser Stelle natürlich die Rechtssubstitution. Also, nach unserer Substitution ist u nichts anderes als x² plus 1, haben wir hier oben stehen. Und das setzen wir wieder für u ein. Damit kriegen wir Groß F von x ist gleich 2 Wurzel aus x² plus 1 und das Ganze noch plus c. Das war's. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise. Es gibt natürlich noch andere sehr wichtige Aufleitungsregeln für Grundstudium. Unter anderem Integration durch lineare Substitution, was ich schon am Anfang gesagt habe. Das werde ich hier in diesem Tutorial nicht behandeln. Dann Integration mit Hilfe der line-Funktion, partielle Integration, sowie Integration durch Partialbruchzerlegung. Wenn ihr noch Bedarf auf Tutorials zu dieser anderen Regel habt, die findet ihr gleich im Abspann. Also, es zeigt jetzt dann eine Meditation zu beschriten. OOOOOOOOO!